so Der Choral ist bekannt. Indulce, jubilo, nun singet und seid froh. Ich gebe das immer noch zusammen. Ich habe hier mein Taktil auf 42 gestellt. Das ist ein 6 Viertel Takt. Alle drei Schläge gehen die rote Warn und die Pinkleuchte an. Das langsam zu spielen ist gar nicht so einfach. Eins, zwei. Das ist ein 6 Viertel Takt. Das ist ein 6 Viertel Takt. Dat vênt das 5 Viertel Takt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da, 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 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause. Pause. A. Schau. Zwo. Drei. G. G. A. Ich bin zu doof dafür. Z. Drei. Z. Drei. Eins. Zwei. G. 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 Na ja. Ein letztes Mal den Schluss. Ma. Tues. Ingein. G. 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 Pause. Zwei. Schluss. So. Das ging einigermaßen. So. Jetzt die linke Hand. Jetzt die linke Hand. So. Das ging einigermaßen. Zwei. Eins. Zwei. Versuchen wir es mal bis dahin. So. Versuchen wir es mal bis dahin. So. Okay, jetzt muss man das noch mit dem Metronom zusammenbekommen. 2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sollte, wenn ich das nächste Mal übe, mit der linken Hand anfangen und danach erst die rechte dazu nehmen.